Einfach von einem App-Store kostenlos herunterladen und los geht's mit den Infos über die Weiße Rose. Vier virtuelle Rundgänge werden angeboten. Man bewegt sich sozusagen live durch die Universität in München, dem Ort, an dem die Widerstandsgruppe gewirkt hat. Die Initiative zur App kam von der Weißen Rose Stiftung. Die Weiße Rose App ist ein sogenanntes zeitgerechtes Tool, das wir in unserer Vermittlungsarbeit anbieten. Sie können gute 20 Minuten, die Rundgänge, diese Wege mitgehen. Sie können aber auch viel schneller aussteigen. Also das Nutzerverhalten ist sehr frei und wir hoffen natürlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer denken, ach, das ist ja sehr spannend, da bleibe ich jetzt dabei und das will ich jetzt auch noch alles wissen. Zwei Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität haben mehr als ein Jahr an der App gearbeitet. Finanziert wurde sie über die Landesstelle für nichtstaatliche Museen. Nachlesen kann man zum Beispiel die Flugblätter, in denen die Freunde ab 1942 zum Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime aufgerufen haben. Dazu gibt es Prozessunterlagen, Fotos sowie Dokumente und Zeitungsartikel. Jede Generation muss sich Geschichte neu aneignen, muss, wie man so sagt, also Geschichte lernen. Das ist nicht selbstredend, sondern das muss geschehen durch aktives Tun. Und dieses aktive Tun, wenn wir da ein bisschen mithelfen können, ja, das ist bestätigend und immer wieder auch motivierend. Diese digitale Möglichkeit der Information ist der Weißen Rose Stiftung umso wichtiger, als die Gedenkstätte aufgrund der Pandemie momentan geschlossen ist. Aber trotzdem muss die Erinnerung wachgehalten werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.